Jau Leute, was geht? Ich bin euer 100% Gamer. Heute spiele ich mal Magica 2. Ich bin aber nicht alleine hier. Ich habe wieder den lieben Davizio bei mir. Ja, weil ich den überredet habe. Wir spielen dieses geile Spiel einfach mal. Neben Minecraft noch nebenbei. Was wollen wir noch weiter machen oder so gedönst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Magie, viele Gegner und einfach ein geiles Abenteuer. Was will man jetzt mehr haben von Magica 2? Das stimmt. Ich habe es ja mit der lieben Davizio schon durch. Unser WTF Moment war ziemlich groß gewesen und wir wollen euch einfach mal daran teilhaben lassen. Deswegen, fortfahren. Also alle Twilight Fans, alle mal raus. In einem Zeitpunkt, in einem Land wie Midgar, gab es der nobel Ordre der Magie. Die Wälder der Ordre lebten in einem großen Kastel namens Alderheim, wo sie studieren die gute Art von Spellkasten. Sie oft verabschieden die Hilfe zu helfen, die weniger geplanten von Midgar. Sie schützen sie gegen monstern, schützend die Fächt-Quest und in Zeiten sogar sogar schützend die Welt. In der Zeit, die Ordnung der Magie begann zu expandieren in neue Frontier, um neue Schulen all over Midgar zu finden. However, dieses kurze Zeit der Prosperität würde kommen zu einem brutalen Ende. Eine Vögel-Präsenze infiltrierte die Ordnung der Magie und verbringte die Säden der Civil War zwischen den Schulen, um den Beginn der legendärischen Wurzeln. Sie sehen aus wie Aliens. Ja, guck mal, der einen ein hat sogar in Fedora. Fedora ist einfach... Klassik. Sie verbringten die Wurzeln, töten alle Vögel und die meisten der Stadt, die Menschen erhebten, und entstanden, was zu bezeichnen, als der Golden Age des Menschen. In dieser Zeit der Relativ Frieden und Frieden, Gandal! Der Weihnachtsmann! Der Nikolaus! Der Nikolaus! Der Nikolaus! Der Nikolaus! Der Nikolaus! Das war's. Und für diese erste Schritt, die Kinder von der Zeit zu erinnern, von allen zu können. Aber die Prophezie auch besagt, eine Schädel. Eine Schädel, die sich um alles zu verletzen, und für den ersten Schritt, die Kinder von überhaupt zu verstehen, von ihrer Macht zu erinnern. Diese Schöne Tidens anhand. Der wunderschöne Lehrer, Vlad, hat sich zu Ende seine well-deserved-multidekate-long-vacation endet und zurück nach Kastel Alderheim zu reisen. Dort hofft er einen oder vier wunderschönen Wissern finden, zu denen er die gläubige Quest zu schützen kann. Und da ist Vlad. Vlad, lass uns rein! So, mir egal, brech ich ein. Ich seh besser aus als du. Ich bin schneller als du. Guck mal. So. Äh, außer wir haben ja noch gar nicht die Dinger drin, ne? Ja. Okay, guck mal hin. Ach, hier war ja... Ich glaub hier ist gar nichts drin. Heilung. Heilung! Juhu. Äh, ich hab aber noch keine Ahnung. Achso, ja genau. Äh, das Spiel fungiert, äh... Puuuuh! Ja. Hier, wenn man... Kann man denn... Kann ich gar nicht wiederbeleben, oder? Egal. Einfach, geh einfach weiter. Ich wollt einfach mal was machen. Jetzt kannst du mal ein bisschen was machen, so. Ja, jetzt kann ich Feuer machen. Äh, das Spiel fungiert so ähnlich. Man hat hier diese verschiedenen Elemente, sag ich mal. Egal, man kann auch Elemente kombinieren. Aber das werdet im Verlauf schon sehen, was wir so geile Tauberreihen tricksen. Äh, sterb! Was man auch dazu sagen kann, es gibt äh, verschiedene Elemente, die man kombinieren kann. Die auch äh, dazu passen. Wie Eis und Blitz kann man kombinieren. Äh, äh, Wasser und Ei. Äh, Wasser und Blitz, so. Wasser, ja, Wasser und Ei, ne. Wasser und Frost, das wird zu... Äh, das wird dann zu Eis, so. Brennen einfach mal die an. Oh, Savizio, ich spritz richtig ab, Alter. Du bist richtig klein. Vor allem, so. Schiiiild! Genau, Schild. Schütztrohr angriffen. Man kann auch, wenn man äh, Schild und Stein macht, sich so eine Steinrüstung machen, wie ich. Oder auch hier das andere, der Mensch. Ja. Und man kann sich gegen Blitz immun machen und alles sonst. Gegen alles immun machen, ja. Dann seh ich, wir haben das Spiel nicht soo lang, also das ist doch... Ja. Ach, egal. Äh. Ja, trink mal schön. Man kann auch die Stahlen kreuzen, das finde ich auch ziemlich nice. Ja, komm mit. Geh mal weg. Geh mal weg. Okay, kannst mit, komm. Hi, Vlad. Ich bin ein Skla. Wie Sklaventeilbar. Okay, willst du uns was erklären? Ja. Aha. Okay. Spatzend Langbord. Spatzend Langbord. Ah. Ganz ehrlich. Wieso hat er denn eine Legohand? Weiß ich nicht. Der hat alles mögliche. Oh, guck mal. Bemerkenswert, das schloss seine Ruine. Ah. Nein, wir haben den Opus. Nein, rede je. Okay, könnte ich lesen. Okay, wir nehmen's noch mit. Nein, jetzt haben wir uns, jetzt haben wir unsere Fähigkeiten wieder. Oh, nein. Äh, warte, ich muss noch... Ähm, weißt du, guck, wir haben die Super-Fähigkeiten, ne? Also das Super-Magica. Ja. Alter, bei mir dauert's Jahre, bis ich... Ich muss ja auch noch dazu sagen, es gab auch einen ersten Teil, glaub ich, also Magica, aber den hab ich nie gezockt, da kann ich nicht meine Meinung bilden. Das geht anders. Nee, musst du ja so machen, komm. Oh, Schlag, härter zu! Er will es härter haben. Eier, ruhig um. Okay, so. Das ist... Mann, das kleine... Wann, oh man. Oh, ein großer Felsen. Hm. Wie laut das? Oh man, ich dachte... Dieses, das zweitgrößte Vorschrittshinden ist das ein Zauber-Sau. Alter, bring mich nicht um. Ich bin gegen... Mich kann alles schnell überlegen. Das ist meine Schutz. Ja, ich weiß, dass es dein Schutz ist, aber trotzdem. Ich bin zu schnell tot. Mit meinem... Mit meiner Robo. Okay, ah, ja, okay. Jetzt hast du... Jetzt hast du einen Haken. Gerade hast du einen Lego und jetzt hast du einen Haken. Er ist Captain Jack Sparrow. Okay, wir nehmen dies. Oh, Wiederbelegung. Ah ja, stimmt ja. So. So wird gezaubert. Ich muss doch irgendwie Schnelligkeit noch reinhauen, oder geht das noch nicht? Doch, kannst du. Du musst halt nur... Du musst halt nur auswählen, oder du weißt noch, ob die Tasten kommen wird. Ja, bla bla bla. Bla bla bla. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Das Tutorial, ne? Ja, Prolog. Jetzt kommen wir zu Kapitel 1. Oh yeah. Oh, guck mal, der Menschenmarkt. Guck mal. Bald kommt ja wieder dieser geile Gegner, der... Na, nichts sagen, nichts sagen. Nee, 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 mach ich nicht. Warte, nicht vergessen. Käse, Milcheier. Käse, Milcheier. Käse, Milcheier. Käse, Milcheier. Hallo, Leute. Oh, hier ist ein Problem. Lass mich mal löschen. Bitteschön. Ich helfe gerne. Oh, bitte euer Essen. Ihr könnts... Oh, oh, ey, ey, guck mal. Die sagt, wir werden nicht eingeladen. Nee, ich glaube, wir müssen dir mal was zei... Nee, nee, warte, warte. Okay, warte. Ich glaube, wir müssen hier unseren Special Move einmal zeigen. Hm. Special Move incoming. Kamehameha. Nee, es ist die Gengidama. Zack. Ja, das ist die Superattacke. Man kann verschiedene Elemente kombinieren und dafür eine Explosionszeugen. Und wir lieben die Wasserstoff-Explosion. Oder auch Dampfexplosion genannt. Ja. Das ist unsere Lieblingsattacke. Und ja, ihr werdet sich... Wir werden nicht zu Spam. So. Pferd verbrennen. Wuhu. Ganz ehrlich. Wieso? Explodiert ein Holzpferd und gibt Fleisch. Vielleicht war es ein richtiges... Ey, 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 guck mal. Ey, guck mal. Merchandise von uns. Guck mal. Merchandise. Guck mal, hier ist Merchandise von uns. Ey, guck mal. Hau den Zauberer. Oh, Mann. Ah, langweilig. Nee. Hilfe. Alter, eure Feier... Alter, eure Feier sind geil in mir. Tschüss. 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 Die sind sofort. Oh, Handy. Egal. Angriff! Bäm, motherfucker. Komm her, du Hundesgebot. Dich hau ich um. Easy. Keimsklein. Ich glaube, mein Einerzauber wirkt gar nicht mehr, den ich die ganze Zeit einsetze. Da passiert nämlich gar nichts. Welcher denn? Äh, warte. Das muss ich euch zeigen. Normalerweise, wo ich das immer eingesetzt habe, haben wir beide immer Schnelligkeiten bekommen oder irgendetwas. Äh, dieses Ding da, das triggert immer random doch was. Hast du schon vergessen? Ey, guck mal. Ey, guck mal. Ey, guck mal. Blatzt doch Blut. Ah, weg damit. Warum hast du einen Schaumstofffinger? Wer ist Sven? Bei mir wirkt das gar nichts. Er macht nur diesen Zauber, dann war's. Äh, ne. Das ist Wiederbelebung doch. Ach so. Ah, stimmt ja, stimmt. Ah, scheiße. Entschuldigung. Ey, we're bugged. Wollte ich's nicht umlegen. Nur passt auf, dass du mir nicht irgendwie was reinhaust, weil ich sterb schnell. Meine Ruhe macht das halt. Ey, guck mal, die twerken. Die twerken einfach. Chill, was die ist. Ganz ehrlich, twerken ist hier nicht erlaubt während der Arbeitszeit. Ey. Tracking ist immer verboten. Ah, warte mal, wir können den Generator mal hier anmachen. Guck mal. Hab. 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 Ja, weißt du, gibt's uns da für was? Ja. Oh. Oh, da ist schlecht. Oh, da sitzt jemand fest. Oh, ach so. Ich hab. Oh, da sitzt jemand fest. Loll. Den gleichen Stark habe ich gerade schon gehabt. Ja. Finde ich doch nice. Oh, du bist ja viel schneller als ich. Ja. Das ist meine Rohrbehalt. Oh, das ist ein Mensch. Okay, das ist kein Mensch. Oh, scheiße. So. Jetzt haben wir. Oh, das sind über die Katzen. Dann wäre ich gestorben. Tanzt, tanzt, kleine Schweinchen. Nee. Nee. Vor allem gerade HELL. Schnell. Ja. Ey, dieses Ding. Dieses Ding ist einfach richtig witzig. Oh. Oh. Gott, ich sterbe ja schnell mit dem Ding. Und ich bin ja immer derjenige, der hier für uns beiden immer am meisten stirbt. Also ganz ehrlich, wenn wir hier einen Death-Counter halten. Alter. Na, was war das? Nur ein Schild reinmachen, ne? Na ja, ein Schild und viermal tot. Ah ja, stimmt. Äh, ja klar. Genau. Viermal tot, ne? Viermal tot. Und du schaffst das, ey? Ja, dann R1. Ja, dann R1. Ja, ich bin auch. Ich bin fast as fuck, boy. So, warte. Machen. Nee, wir müssen mal einen Kohlenstein bringen. Warte mal. Ja. Vor allem willst du den Stein, willst du dich hiermit erledigen, so. Boom. Explosion, motherfucker. Ich glaube, jetzt in irgendetwas Stein. Oh man. Ich werde den irgendetwas Stein jetzt werfen. Ich glaube, man konnte auch irgendwie Steinen aufgeladen lassen. Ja, wenn du einfach zielst. Ey, guck mal, Pussis. Nee, zu einem. Warte mal, du. 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 Arschloch. Ah, unser erster Bossgegner. Hallo. Halt, Menschen. Wartet. Menschen. Richtig. Oder Elfen. Nun, Zwerge sind wohl ausgeschlossen. Halt, Kreaturen. Lass eure Wertsachen fallen und oder rechnet mit Perforation. Ich würde mal sagen, ihr... Ich würde mal sagen, du landest jetzt erst mal im Gefierbrand. Der wird noch richtig, ähm... Ja. Oh, oh. 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 Explosion. Ich muss sagen, wie gesagt, wuchsia Robe, die ich habe, lässt sich echt leicht spielen. Ich meine, guck mal. Ein fastes Fuckboy. Aha. Ich hätte sie dir auch nehmen sollen. Aber ich fand meine Rüstung am besten. Ja, du hast halt Resistenzen. Mich tötet alles einfach so schnell. Ich sterb vielleicht in zwei Hits oder so. Dafür ist jeder Zauber bei mir effektiver. Ah, wir sind am Strand. Lalalalalala. Kommt! Ich glaube, das kommt jetzt bald, ne? Bald. Der Fisch ist doch ekelhaft. Da stimme ich jetzt zu, Wlad. Sachen, du febst dir einen. Er hätte schon wieder einen legostein arm gehabt. Naja, diesmal seinen haken gehabt. Du bist... Warte. Feuer... Gefrieren einfach mal. Lalalalalala... Das war noch mal gegen dir effektiv. Okay, Stein bringt ich mal nichts. Blitze irgendwie auch nicht. Doch, wenn sie im Wasser sind, blitzen. Ja, bin ich ja normal. Ja... Mann, ne, ich bin richtig stark, ey. Du bist... Du bist voll brutal. Ja... Ja, Feuer hilft auf euch auch, ne? Ja, aber besser, wenn sie schon aus dem Wasser kommen. Ich meine ja nur. Stimmt. Stirb doch mal! Stimmt, ich halte doch eine Menge aus. Aber auch nicht sehr viel. Brennet! Oh, jetzt kommt sau viel auf einmal, ey. In your face, bitch. In your face, bitch. Egal. Easy. Ich halte dich mal, komm, greff mal an. Ich halte dich. Guck dir meine Heilung einfach mal. Ach, Heilung ist ja auch, glaube ich, die Kombination, ne? Heilung, tot, Heilung, tot. Ja. Gut. Warte, wie schnell bin ich jetzt eigentlich, wenn ich Schnelligkeit mache? Oh, shit! Warte. Dampfexplosion! Oh, oh, da kommt es. Ich glaube, gegen Schild bringt, glaube ich, Stein etwas, oder? Mann damit. Oh. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh. Verbrenne ich doch nicht, Mann. Direkt. Alle. So. Feuer! Wuhu! 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 árius! Wir löschen's mal! Ey, guck mal, ich lösche das Feuer! Du bist SO ein lös después her! Immer doch. auch verbrennt elendlich sobald er mit seinen flammenwerfer da ankommt also verbrennt die mal will jetzt mal nicht sterben weg mit dem blammenwerfer power so ist der immun aber ich treff ihn drüben eissplitter bringen was gutes so jetzt natürlich meine todesblaster so ist immer so ein splitter ist immer so wie eine kleine minigun einfach wie eine rapid fire einfach nur ich glaube die spawnen immer wieder neu kommen wir weiter gehen nein das ist ein festes spawn jetzt kommt ich glaube jetzt kommt auch wirklich so sehr will ich aber gerne machen so ja hier ist es doch so und zwar leute hier gibt es zwei robben so die sehen ja ganz friedlich so wir gehen mal zu denen hin kommen wir sind mal ganz nett hier wollen wir bekämpfen erst mal die krabben wir bekämpfen erst mal die krabben so und zwar willst du es vorstellen oder soll ich es machen ja gut und zwar skedellen wird erst mal hier diese robben ich habe gesagt die skedellen wir mal und dann warte eigentlich müsste jetzt was passieren eigentlich muss man den angreifen ich frage ich frage mich ob das irgendwo noch nie so ein zauberer gibt weil es gibt ja noch so ein ja du guck mal ich aufs geschehen das brutzelt sich weg und sorgt weg mit dem schön klatschen muss es hier ich bin auf die rohnen ich kriege ein bisschen hier auf die fresse ja warte egal oder auch nicht stirbt vom wissen mal so nett und gucken ob die brennen löschen können ich glaube nicht das noch nicht ja ja hat das spiel worauf habe ich mich wieder eingelassen keine ahnung ich glaube das ist zu ja das ist hier viel zu viel für dich für ne ich glaube du musst ausmachen ja ich mach jetzt das hier aus und das spiel weiß ich nicht kriegt davon halbträume bestimmt ja auf jeden fall ja danke taktik das ist meiner du hast ja aufgesammelt der hier ist eine ist dann daran stoppt der besser den ich trage oder sagen wir mal so du du stirbst du machst mehr schaden mit allem stirbst aber von einem schnell auf das ist der stattdessen Okay, ich wechsle wieder zum Nachdenstamm. Komm, wir machen mit! It's Beyblade! Oh man. Das war die schöne, das ist auch die geilste Stelle im Spiel. Ja, das ist echt wirklich so. Erstmal so, ich werde euch vernichten! Ihr sollt euch nicht glauben können, wie ich damals mit in der Video, als wir das zum ersten Mal gesehen haben. Du kannst ruhig meinen richtigen Namen verwenden. Ja, der Uwe und ich. Ja, vor allem, ja. Der Frank und ich so, ne, wisst ihr? Ne, Spaß, ne, René? Ne, bitte, liebe David. Das erste Mal, da war so der WTF-Moment drin gewesen, Alter. Ihr glaubt gar nicht, wie wir da ausgerastet sind, ey. Wir dachten erst mal nur so, okay, das kann jetzt erst nicht wahr sein, so. Vor allem meine Reaktion war damals noch am geilsten. Ja, ey. Der hat rumgeschrien, ey. So wie ein japanisches Schulmädchen, ey. Ah, komm rein, die Sü! Ach, ich lauf einfach durch, meine Verteidigung ist eh besser. Ja, haha, ja. Fetts Maul. Ihr Pussis! Killen! Oh, scheiße. Der hat mich nicht mit dem Tor anlegen sollen. Oh. Au. So. Danke. Kann man das Feuer anziehen? Nö. Egal. Voll, voll brutales Spiel. Es beherrscht nicht die Physike. Physikes Feuers machen. Ja. Oh nein, jetzt kommt's. Oh nein, jetzt kommt's. Ich glaub, gleich kommt da wieder diese komische Krabbe. Jetzt kommt der Krabbe, muss es gleich. Ja, vor allem in dieser, ob es jetzt mal ein Plattform so. So viele Krabben. So. Also, wir machen uns heute Krabben, okay. Stirb durch, was du, durch. Stirb. Da und bitch. 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 Weiter geht's. Weißt du, ich dachte grad, weil der Stein da leuchtet, dass da irgendwas gerade ist. Alles klar. Du denkst auch immer so. Stein. Oh, Stein. Ah. Ey, guck mal, der lacht sogar auf dich. Lach mich nicht an, du... ...biatsch. Oh, alter, ich fliege richtig. Witt. TN. Leute. Ja, jetzt hab ich dich, glaub ich, mal in die Luft gehackt. Naja. Also Leute, spielt niemals mit Feuerwerken. Oder mit brennendem Stein. Denn ich werf euch immer ab, wenn da ein Bomba nennierst. Lalalalalalalalalalalala. So. Ah. Willst du mal was lesen? Ich müsste wissen, wie ich den spreche. Niemals! Ich glaub ich weiß, wie ich diesen Kobold da spreche. Schon wieder so einer. Schon wieder so einer. Ihr wisst ja selbst, wer die Pläne von Kahn durchreut, den werfen wir in den Ozean. Also raus damit, wo ist Nastreia. Gnade, ich kann nicht schwimmen. Ich auch nicht. Ach, wirklich? Was? Es spießt er den so auf. Der Nächste! Ey, Fraunschläger, Alter. Oh, Zauberer! Ja, ich habe Bericht überhört euch gehört am Knastri. Wollt ihr euch finden? Was? Euer Pech, dass ihr statt seiner General Mottito gefunden habt. Den mächtigen Kapitän des Kriegsgruppe von Kahn. Oh, und einer seiner treuen Freunde. Ihr werdet diese Schalatan noch schnell jeweils finden. Er ist hier. Und wenn wir ihn finden, sterben all unsere McDonalds Leute. Doch keine Sorge. Zuerst töten wir Burger King. Dann erst ihn. Ihr könnt den im Jenseits reden. Ha, ha, ha. Der ist das Fass. Mach aus den McDonalds! Komm, wir machen jetzt mal ohne. Komm, wir brauchen keinen Wasserstoff. Ja, ist das. Spamming, spam! FUJERBULL! Warte mal, warte mal. FUJERBULL! Er ist dicht down. Er ist down. Nein, nicht! FUJERBULL! Lass mich in Ruhe! Ich bin doch nur ein kleiner Hopping! FUJERBULL! Warte! Warte mal, warte mal kurz. Warte, warte, warte! Warte, warte! FUJERBULL! Mokabal, flieg und sieg! Mokabal, flieg und sieg! Ich glaube, ich weiß, wie ich Fladin spreche, ey. Ich glaube, ich könnte ihn mal sprechen. Aber ich glaube, nächstes Mal erst mal. Gibt auf. Warte mal. Nur gut, dass Nostria nicht mehr hier lebt. Ich hoffe, neue Informationen erhalten. Seht nur, dies ist seine Prophezeiung. Die Backmenu-Karte. Und das ist der Umsteiger, in dem sie steigt. Absender, Profezeiung, Nostria. Kristallhöhe 3B Kristallbucht. Mich durcht. Dort könnten sie ihn finden. Und McDonalds. Warte futtern. Der Eingang zum Höhlensteam liegt nördlich von Kristallbucht. Schnell jetzt, bevor die Kräfte des Bösen dort sind. Und meine Bürger weg sind. Ja, bei der Bestellung muss man schnell sein. Und dann despawn einfach. Nicht mal so eine rauchige Person. Nee, despawn einfach so. Beste Spiel. Beste. Beste. Ja, ich denke mal, bis hierhin können wir erst mal machen. Ja, können wir den ersten Cut mal hier reinsetzen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.